zum guten Fischi an seinen Handys hallo ich habe gestorben wenn ich eine begrüßung nicht ganz drauf ist heiße ich euch noch mal herzlich willkommen die Aufgabe machen und vielleicht seht immer noch nicht abgeschlossen ich weiß nicht warum sie es irgendwie ein bisschen verpackt Aheu stimmt was ich will mal kurz einfach rüber gehen was hier oben da warst du ja auch und die ganzen Harbchen komm mal her hier so ist eine Höhle ja da war ich auch noch nicht dran warte 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 ich hab hier gerade ein Gegner vielleicht hab ich grad sieben oder so ich hab hier auch grad ein paar mehr und jetzt sind so ein paar wenige da Timer gestartet? ja gut sonst hätte ich jetzt kurz einen angemacht ja warte ich kurz ja im Inventar hier wenn man sieht dreimal Wildschweinhaut das ist als wir auf dem Weg dann zurück nach Tigea waren ähm das und dann hab ich noch ein Reinsquieter gehabt und der anderen vier sind ja noch aus meinem Inventar das ist mein ja egal ist die gut? geht so ich muss jetzt einmal auf stärker skillen damit ich diese Rüstung anziehen kann die viel besser ist geh naja was die Rüstung macht ähm 8% Verringerung ok dann mach ich pro Ding tut man 2 Punkte ne? warte mal äh ja ne 4 ach stimmt 4 waren ne warte mal 14 plus 8 sind 22 wenn ich mich nicht verrechnete das reicht nicht oder? nein hm ok schade ähm ich brauch irgendwas was mehr Stärke bringt warte mal 32er Armschienen die sind besser ein 24er Armschienen andere waren Beinschienen Entschuldigung äh die die schlechter sind als man jetzigen gut das Schild ist auch scheiße jetzt können wir reingehen ich muss noch kurz Geschicklichkeit skillen töten wir gerade auf Geschicklichkeit und einen auf Stärke ich pull schon mal die ganzen Harpchen hier Geschicklichkeit und einen auf Stärke mach ich auch noch und dann muss ich gleich auch noch meine Fähigkeiten skillen hier hinten sind gerade einfach Harpchen verrückt bei mir ja die hab ich getötet ja ok ich glaub das war aber es war ein bisschen buggy nein das ist ja der Internet mit einer 16.000 Leitung genau ja trotzdem wenn deine 16.000 Leitung richtig funktioniert wie bei Fikischi dann kannst du trotzdem dein Fehler sein von mir läuft das alles nochmal dann wird es wahrscheinlich PC-Lexer ich kann Videos auf 1080p flüssig gucken ja also ja auch was ich dann meine die Schilderleitung machen würde der Computer macht es nicht ganz mit meine Grafikkarte ist dafür glaube ich nicht ganz ausgelöst äh ausgelöbt was hast du gefunden? mit Dämonenblut nice das ist aber nicht was das macht ich hab noch mehr Zeit durchzulesen ok die Fiecher 1 hätte ich ich fast aber hier sind Höllenhunde in dem Anime in dem ich glaub Anime und Anime in der Gruppe Anime die Kieschi sagen würde Alter ich da hab ich da hab ich da jedenfalls in den äh japanischen Comic den ich gerade gucke ähm sind auch bald ich gucke normalerweise keine japanischen Comics aber der ist echt lustig hast du aber nie mehr jetzt ich find die ganz lustig also zumindest den den ich gerade gucke der ist saugut du weißt noch welcher das ist oder? äh von diesen Comic Bluf hast du hast du die grad schon aufgemacht? ja hab ich eben gerade ich bin einfach durchgerannt und hab die aufgemacht ähm und wollen wir heute eigentlich auch noch Starborn zocken? na na ich hab gestern alleine gezockt alleine macht echt keinen Spaß ok ich one-hit daher alles ich nicht und hier die kleinen Totzenviecher one-hit durch alle ich fast also mit meiner Schockwelle bei reden bei Messer sterben die auch fast sofort so ich hoffe wir können in diesem Part nach Delphi sonst kommen wir erst im nächsten Part nach Delphi das wäre nicht so schön ich hätte gerade einen kurzen Lag ich auch das lag gerade bei mir so ein bisschen dauerhaft und ich glaube es liegt an meinem Computer kauf dir einen neuen ja kommt bald haha sowieso nicht kommt bald wie bei Kirschi was? kommt bald wie bei Kirschi er weiß nur noch nicht wann ja ich meine bei Kirschi gut der muss auf Raten zahlen ne ich nicht ich zahl ganz oder gar nicht wenn ich nur sage alter ernsthaft auf Raten kauf ich mir doch keinen Computer maximal Neuwagen ja ja oder vielleicht wenn es 0% Finanzierung ist irgendwas weil es dann halt den gleichen Preis hat wie ohne Finanzierung halt keine Aufwand über Kirschi wie viel war das nochmal? diese Fähigkeit ist noch nicht neu ausgebildet ich glaube 200 Euro ich glaube nämlich auch das wären wir ein bisschen ne 300 waren glaube ich beim 1 ne beim 1 8er PC waren es 500 nicht ihr könnt hier sein Lapp als Bildschirm verwenden warum rennen wir einfach durch wenn ich die Viecher hier aufregen ja genau pull da noch mehr die hast du alle gepolt du hast die mitgebracht du hast die gepolt ich hab's mitgebracht da sagt ich ne ich also ich habe hier offen Jolo verlangt um die Fügel kommen um Prozent für laschen wird von gef Prozent und um zumal zumal Müssen wir noch Energietränk kaufen. Diese Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet. Ich hab keine Heiltränke mehr. Das wird doof. Ja, ziemlich. Okay, ohne Heiltränke kommt es nicht weiter. Wieso? Das ist jetzt hier ein Portal von dir. Hä? Wo? Beim Brunnen hab ich doch ein Portal gesetzt. Ja, das hat man in unserem Info nicht gesehen. Doch. Aber hier stand das da. Das ist schon bemündelt. Diese vier machen so übertrieben Schaden. Die Schildkröten? Ja, man. Ist einfach so. Du hast den Schrein mitgenommen, gut. Ja. Aufzunehmen. Alle die nervigen... Die Viecher treten ja auch immer gleich in Rudeln auf. Mit zwei Leuten. Einer heilt und einer sauber. Ja. So mega nervig. Die Huren. Die Huren. Die Huren. Die Huren. Die Huren. Komm mal zurück. Und dann... Noch mal. Zwei Störbe. Alles mit einem Hut. Nichts. Die Huren. Die Huren. Einmal es ist sinnvoll. Nee. Eigentlich nicht. Komm mal hier unten. Unser Selfie. Ja. Wir kommen gleich los in Weg. Ich will dich zum Glück nicht mehr kennen. Ich weiß ihn noch nicht redest. Alter! Das dauert echt so lange bei mir die Wildbahn. Du solltest Eichenherz anmachen. Ja, ich sollte mir auch wieder ein paar Hundys spawnen. Oh, hier kostet der einfach ein Oberfässer geworfen. Egal, YOLO. Wat? Gleich die ganze Armee? Okay. So, kurz warten. Die haben mich im letzten Part mal gekillt. Ey, das ist noch ein Heiltränke, Alter. Noch 21 Energietränke und kein Heiltränk. Hier ist noch ein Heiltränke, wenn du willst. Ah, warte. Hier oben ist doch so ein geheimer Händler, den man auf der Karte schon sieht. Ja, ich finde auch ein Fehler eigentlich. Nebenaufgabe. Ach ne, das ist doch eine Aufgabe. Nun, ich habe nicht viele Besucher. Sei gegrüßt. Wie kann ich dir helfen? Die sind baumäßig schlecht. Brauchst du einen 40er Helm? Ja. Brauchst du aber 143 Stärke für? Hab ich nicht. Kriegst du die? Ne, also ich habe sowieso auch noch einen 40er Helm oder so, der so viel Stärke braucht. Okay. Die Dinger verkaufe ich. Die Dinger haben wir schlechter. Die Dinger haben wir auch schlechter. Willst du eine 18er Centauron-Kür was? Ja, natürlich. Wow, such good. Also vielleicht mein Helm für mich? Ah, hab ein verkauft. Doch du bist ja nicht schlecht, Alter. Ja. Ich habe meine Tonic-Käste übrigens lila gefärbt, weil das 9000 gekostet hat. Hast du glaube ich aber schon mal gesagt. Nein, vorher habe ich sie Dings- äh, olivgrün gemacht. Jetzt habe ich sie nochmal neu gemacht. Ach so, okay. Ja, ja, tschüss. Ähm, hier so eine kleine, so eine kleine Armee, die Stress mit mir wollte. Ich habe mich vielleicht mit dir angelegt. Ich logge sie vielleicht gerade her. Bis dann. Ich habe mir gerade erstmal einen Tag, wo ich Unterstränke gekauft habe, in der Sonne. Jetzt hört mich auf, ich habe jetzt noch zwei. Sei gegrüßt. Ähm, die Bogen wollte ich verkaufen, die Begleiterringe wollte ich nicht verkaufen, die Rüstung auch nicht. Gute Reise. Sure, also ein Boncen. Eigentlich muss ich mir gerade das Heiltränk kaufen. Zwei 20 Seiten reichen. Ich sollte mir wieder dieneschränke kaufen, warte nur kurz. Ja? Ja. F Porque Vito. Okay, ich sollte vielleicht noch schnell die Perlen verkaufen. 25 Heiler, 25 Energie. 10 Energie, 20 Heiler. So, dann gehen wir jetzt mal rüber. 5 Lebens, ah, die sind geil. Kann man kurz gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Hauptsache, du bist von mir einmal um die rumgerannt, ohne dass sie irgendwas gemacht haben. Bei mir haben sie mich ein bisschen, bis einer zu mir sind, hergerufen. Bis zu den Ring haben. Haben wir uns mal aufgesammelt. 8% Feuerwiderstand. Wow, such good. Wow, Many Firewiderstand. Okay. Ich sollte vielleicht nicht mit dem Anliegen im Hintergrund offen haben. Wieso nicht? Es wird sein, dass es daran liegt, dass ich momentan so den Internet halb so schlecht spiele. Ich glaube, ich mache mich nicht. Ja, daran liegt, dass mein PC einfach schlecht ist. Alter, ich habe aber Internet-Lags. Aber ich habe wirklich lag nicht an meinen Proviere. Ich habe ja stabil FPS so halbwegs. Ja, okay, sie hat aber auch. Ich habe mit ihm ein GameSpot auf meinem Server gespielt. Sie hat dann 800, 600 abhängig, nur weil sein PC so langsam war. Genius. Gestern auf unserem TTT-Server, also auf KFC war einer. Wurde ein GameCon 1 zu 2. 12. Alter, der war richtig... 1.200. Der war richtig anstrengend. Der hat nur rumgeleckt. Und der war Traitor und keiner wollte ihn killen, weil er einfach nur rumgeleckt ist und jeder ihn verfehlt hätte. Dadurch hat er gewonnen. Dann haben wir ihn die Abends gekickt. Ich hätte ihn gebannt für immer. Ich glaube, er wurde für 1400 Stunden gebannt. Warum? Ja, deswegen. Achso, ja, weil sein Hinterstück ist, wenn er trotzdem spielen will, ist er wird er geboten. Ja, sorry, aber ganz ehrlich, wenn jemand... Der würde ich einfach nur kicken. Ja, klar, dann würde er joinen schon, ne? Ja, wenn er seinen Gästen wieder joinen, dann ist klar, sie waren aber nicht direkt. Er kann ja, er kann ja allen Bescheid sagen und dann kommt er bestimmt wieder auf. Der ist Bestienruf, ist geschnitzter Starb. Willst du ein Zauberer werden? Dann kann ich nicht. Falls sich das Spiel zu laut ist, ich weiß nicht warum. Ich hab's bei mir ein paar Mal kontrolliert. Ihr, du sammelst noch die einfachen Gesundheitstränke auf? Klar. Die bringen überhaupt nicht. Die lohnt sich voll. Bei den Händlern auch schon nur noch die Großen zu kaufen. Ach, hier kommt doch erstmal so eine andere Stadt noch, so eine kleine Nebenwirkung. Die kommt ja später, oder? Das ist ja nicht so, was du meinst. Ja, mit nichtmenschlichen Bewohnern, sagen wir mal. Das ist keine Stadt, aber halt ein Portal. Die kommt erst nach der China. Was wüsst du, was du meinst? Oh, die Satyrlager da. Mit dem Satyrhändler. Ja, genau. Der Sprung. Tod für euch. Tod für euch. Ja, da und eine Höhle, da und eine Höhle, da und eine Höhle. Ach, nicht schon wieder einen Sumpf. Lass erst mal in die Höhle gehen. Nein, lass erst mal in die Höhle gehen. Jetzt lass uns in die Höhle gehen. Warte mal. Könner da noch mit Drecksding? Ja dann, ne. Hä? Da kann man doch gar nicht hin, dann müssen wir einmal rumlaufen. Ja, stimmt. Aber ich kann schonmal... ne, kann ich nicht. Von der Einbrücke kann ich runter... meine Messe runterwerfen. Ne, ich will. So genau, das kann man auch mit dem Bogen runter schießen. Oh, Bantrick, der Flink halt. Kopies darf nicht... Nein, ich bin direkt vor dir. Ja, neben mir. Hat schon ziemlich Spaß, einfach reinzuhalten, dann zack zack tot. Hauptsache hier sind drei Schamanen, Alter. Nimm den einfach einen Sonntag, wenn du willst. Schlägerrüstung 24. Komm, ein Schwert für dich? Nicht auch. Liegt da? Gibt es eine später noch Ninja-Swerter? Ich glaube... Ich weiß nicht, ob sie auf jeden Fall auf jeden Fall was sie nicht verschieben können. Gibt es die auch normal? Also kann man sich die Rüstung noch normalen, die nur verschieben, die nur verschieben? Das weiß ich nicht. Oh, guck mal, hier ist eine Mauer oder die Map zu Ende? Ne, hier ist eine Mauer. Hey, wir sind in Delphi! Chat, Lech. Wir sind direkt vor Delphi und ich glaube, man muss komplett einmal außen rum gehen, um nach Delphi reinzukommen. Weil die Stadt so ausländerfeindig ist, dass die keinen anderen drin haben wollen. Moment, manchmal muss ich kurz gucken. Das ist ganz geil. Das macht zwar gut Schaden, aber... Es hat nur Energie in Züge gemeint, anders hat noch Plus Stärke. Und das hier hat nur Plus Schaden, das ist scheiße. Ruhig, da war's, hat's gut. Ragnos macht. Habe ich schon. Haben wir die fertig? Hast du die eigentlich schon fertig? Du weißt doch, das ist aber schon fertig. Nein, nein, nein. Ich gebe dir aber in Delphi jetzt nicht. Ich habe schon wieder eine Borgensee. Artimes Borgensee, ne? Davon habe ich auch eine. Gib mir die mal bitte, weil dann kann ich die beiden kombinieren schon, weil ich die eine mit habe. Ich habe auch noch einen Weinschlauch und einen Sichel dabei. Wir brauchen ein goldenes Vlies auf jeden Fall, das ist wichtig. Kann sein, dass ich das schon fertig habe, weiß ich nicht. Ne, hast du noch nicht. Ne, hast du noch nicht. Ne, hast du noch nicht. Alter, da unten, da habe ich erstmal schöne Frame-Einbrüche. Ne, ich habe hier gerade auch ein bisschen. Ich habe schon keinen Frame, weiß, und dann brechen wir ab. Die nicht vorhanden. Hier ist die Höhle. Such Bitch. Soll ich langsächlich der Papa vorbei sein eigentlich? Weiß nicht. Kannst du noch kurz nachgucken. Ah, ich hatte Spinner. Ja, noch zwei Minuten. Ich dachte, wir nehmen ja schon viel länger auf. Das kommt mir richtig lang schon vor. Ne, ne, ne. Der Kopf hat Maßen so ein Braus und ein Hen da weiter. Ich, äh, lass dich erstmal oben lang gehen. Ja, aber mein Zeig ist immer ein bisschen kaputt. Ich hab gestern ein bisschen zu viel Apfelsaft getrunken. Precis, weil zu wenig. Ich würde sagen, es gibt nur zu viel, äh, zu wenig oder zu wenig. Ich hab doch einen Spinn. Du hast hier auch einen Speer. Nein, mit dem, dingend. Gold. Gut, auch noch unten. Sarge gut. Wow. Gut, dass mir nur dezent schlecht ist. Da liegen tote Sartüren, okay. Oh, ich gestern keinen Apfelsaft kontinuiert hab. Nicht mal ein bisschen? Vielleicht deshalb. Ne, überhaupt nicht. Was? Ich meinte, du war gestern zu den Leuten noch ein TTT-Teser, aber ich geh noch feiern. Aber dann fiel mir ein, ach, ich geh gar nicht mehr feiern. Gern nur da. Was? Was? Warst du nicht woanders? Ne, meine Freundin. Ja, du meinst doch, ihr geht irgendwo hin. Ja, aber da trinkt man nichts. Und da weiß man auch nicht mehr, weil die nur irgendwie gestrichen haben irgendeinen Raum. Und darauf hatte ich keine Lust. Und dann dachte ich mir so, ja, ne, gehst du da mal nicht hin. Und dann bin ich erst um 11 Uhr oder so dahin gefahren. Und wolle. Und wollt ihr verkehrsbewusst verkehrsbewusst, hast du natürlich nicht getrunken, also verantwortungsvoll. Diese Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet. Alter, ich muss echt mal auf meine Energie achten. Ich wäre gerade fast, weil ich zu wenig Energie hätte gestorben. Okay, lass uns hier mal den Part binden. Warum? Weiß nicht, was gerade passt. Weil der Part nicht vorbei ist. Ja, genau deswegen. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein und tschau. Tschüss.